Hier ist Kiel. Wenn LONBAS gewinnt, dann stell ich zum Beispiel. Wenn LONBAS gewinnt, dann hinter den Ball. Wenn LONBAS gewinnt, dann wollen wir den Ball weg. Das gewinnt der Ball. Welche haben wir gegen den Ball? Zwei, Zwei, Zwei! Die Schnauze! Die Schnauze! Hier, das steht! Komm her! Oh! Lass uns nach! Komm her! Nach mal für Samstag die Ansage, es wird 16 bis 16. Achtung! Sehr! Dankeschön! Norddeutscher Rundfunk Halt! 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 Oberliga, la la! Wer interessiert noch? Halt! 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 Vor der Hau! Vor der Hau! Vor der Hau! Für Pause steht 1 zu 0 für Lom Ali S4. Kurzinformation, am Samstag bringt die Oberligamannschaft des KSK-Konkordner Neuss auswärts in Lamprach, Holland. Somit treffen wir uns um 16.15 Uhr im Trainingszentrum des KSK-Meiß. Wir setzen einen Bus ein, wer Lust hat kann mitkommen. befindet sich inflammation und sch santوت Sie immer wieder. Blut! Ich habe nur 10.15 Uhr im Trainingszentrum derhd daughters alle haben und anschauen sind current. Zufall wird schnell Crypto-Konkordner und Move Tribunnet nicht verankert sein können. G else!! G else!! G else!! G else!! G else!! La日本ing- G else! La日本ing- Nein! Blanc Passif! 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 Die Schöne auch. Applaus 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 Die Gotematen, Stefan Danieliuk.